Musik Bevor das Video losgeht, grüße ich noch schnell Partymaschine und Luna Flame. Grüße gehen raus an euch zwei, fühlt euch ganz herzlich gedrückt von mir. Oh mein Gott, bin ich müde. Oh Mädels, ihr seid ja schon wach. Ja, du Schlafmütze. Na klar. Ähm, wie spät ist es eigentlich? Es ist, äh, warte mal, wie spät ist es? Ihr könnt euch ja auch gar nichts merken. Ich habe vorhin erst gesagt, es ist 10 Uhr. Oh, hehehe. Okay, äh, warte mal. Irgendwie habe ich was vergessen. Was denn? Der erste April. Oh, crazy. April, April. Genau das habe ich vergessen. Oh, ich habe euch vergessen zu warnen. Sorry. Hm, was könnte ich jetzt machen? Rasputin ist mein nächstes Opfer. Oh, was für ein schöner Tag. April, April, April. Boah, Creamy, du hast mich sowas von erschreckt. Wenn ich den in die Finger kriege. Oh, Hufe. Jetzt erlaube ich einen Scherz bei meiner Mama. Sie ist nämlich sehr, 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 sie liebt sehr, äh, ich weiß nicht was sehr. Ah, eine Wildherde. Also Snow, stimmt es? Du wurdest in der Wildherde geboren, einen Tag dort gewesen und dann einfach von den Menschen abgeholt? Ja, so ist es. Wow, toughes Mädchen. Mama! Creamy? Was ist? Du weißt nicht, was ich gesehen habe. Was? Eine wilde Herde. Färde! Was? Leute, Leute, ähm, ähm, ich, ich gehe, ich, ich, ich muss los. Wo ist sie? April, April. Willst du mich auf die... Ich hätte es wissen müssen. So, noch schnell das Gras aufheben und die Futterkammer sieht sauber aus. So, perfekt. Hä? Habe ich das Gras nicht gerade aufgehoben? Naja, egal, ich heb's nochmal auf und versorg's. Jetzt aber perfekt. Was war das? Was zum... Was? Hä? Wie ist das? Riecht ganz normal. Ich glaube nicht, dass es verhext ist. Hm, komisch. Naja. Hä? Creamy, du Frächer! Ah! Kein Wunder, und ich rieche wie einer Bekloppte an einem Grashalm, ey. Du hast mich fast gehabt. Äh, hallo, guten Morgen. Ähm, können eventuell Flocke und Prinz spielen gehen? Klar, wenn sie wollen. Ja! Was ist denn, Tiramisu? Also, heute ist der 1. April. Oh, das habe ich ganz vergessen. Sag nicht, dass Creamy wieder auf Streicheljagd ist. Streicheljagd, nicht Streicheljagd, du Bekloppte. Sorry! Und ja, ähm, ich habe mir überlegt, den müssen wir reinlegen. Was meint ihr? Klar, aber was? Ich habe schon so eine Idee. Also, komm mal mit. Perfekt. So, dann mal los. Ah, was zum Teufel! Erwischt! Leute, jetzt ist er in der Reihe. Ihr wisst doch, er hat Todesangst, wenn er alleine in einem eingesperrten Raum ist. Ja, wisst ihr noch an Halloween? Ja, und zwar ist er gerade in der Reithalle. Wir sperren ihn ein und machen Geräusche. Ja, er malt gerade etwas in der Reithalle. Wir erwischen ihn. Los geht's! Los! Los! Ist super! So hat er seinen Spaß. Wieso ist er zu? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Was ist das? Hilfe! Ah, ich bin verloren! April, April! Ah! Ihr habt mich voll erschreckt! Tja, heute ist der April. Ja, da habt ihr recht. Also Leute, ihr habt gehört, April, April, ja? Oh Leute, ich mache dir gerade ein Video. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen April. Und ja, tschüss! Jetzt muss ich das alles aufreißen!